Musik Mein Name ist Theresa Habich, ich bin die WIR-Koordinationskraft am Landkreis Waldeck-Krankenberg in der Fachstelle Migration und Integration und für die Umsetzung und Organisation hier zuständig von der interkulturellen Woche 2022. Diese findet in Bad Bildung statt unter dem Motto Offen geht. Genau, mein Name ist Ralf Buter, ich bin Bürgermeister der Stadt Bad Bildung und ich freue mich natürlich, dass die interkulturelle Woche hier in Bad Bildung durchgeführt wird und mit unserer Unterstützung auch organisiert wird. Als Ort der Vielfalt legen wir schon immer sehr viel Wert darauf, dass wir Kulturen und altersübergreifend zusammen leben, zusammen arbeiten, zusammen feiern, zusammen genießen können. Und das ist jetzt eine neue Aktion, die hier gestartet wird und wie gesagt, ich freue mich drauf, was wir organisieren können und wie es angenommen wird.